so ruckzuck mal schnellen simmering wechseln hier weil der ist leicht sieht man es leicht naja er lässt jedenfalls irgendwann raus dort war dort drinnen bleiben soll hinten getriebe und zwar ist ein großer getriebe 25 damit kriecht gang und da kommt erst mal ein simmering sein und nicht nicht gut sonst sieht es noch top aus